Ja, verbrenne! Alter, ey! Scheiß Viecher! Okay, Milch hilft gegen... Die sind wir noch nicht tot! Okay. Jetzt. Wo kam die her? Okay, wir sollten uns vielleicht doch die ganzen Sachen hier anziehen. Nein, nein, nicht du. Iron Helm. Oh, ich ziehe den Goldhelm an. Und die Leggings lasse ich jetzt lieber, sonst habe ich nachher für den Kampf keine mehr. Sonst kommen wir da wahrscheinlich dann nicht hier rüber. Genau das meine ich. Wir sollen jetzt bitte hör schnell aufzubrennen. Und regenerier dich dann ganz, ganz schnell. Hör bitte aufzubrennen. Bitte! Bitte! Nein, 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 nein! Ja. Alter, voller hier! Okay. Oh, wir haben ja Instant Potion of Healing. Die kann ich... Okay, ich lasse jetzt hier nochmal kurz heilen. Das Ding. Äh, und wenn wir dann darüber gesprungen sind, dann... Äh, und in der Lava landen, dann kann ich ja in das Potion of Instant Healing rein pfeifen. Weil dann ist ja auch schon wurscht. Und warum fließt die Lava da vorne hin? Dieses Mysterium gilt es, äh, aufzudecken. Was weiß ich. Muss man da vielleicht umspringen da noch? Also glaube ich nicht. Ich glaube... Also ich glaube, es geht da hinten weiter. Das... Das ist jetzt eine vage Vermutung, aber... Könnte ja so sein... Okay. Sehr schön. Und da hinten ist Wasser, da hinten ist Wasser, da hinten ist Wasser. Okay, dann. Den Scheiß hätten wir geschafft. Na? Hallo? Ich hänge da Wand drin. Okay, was... Nichts. Hier. Danke, lieber Map-Ersteller. Oder... Liebe Map-Ersteller. Das waren ja zwei. Okay, hier... Hier geht's eindeutig ins Nichts. Das ist... Weniger als ein bisschen was, aber ein bisschen mehr als gar nichts. Dieses ominöse Nichts. Wo? Achso. Ich bin zurückgelaufen. Denken wir schon. Nicht schon wieder der Scheiß. Aber hier hinten. Hä? Bin ich das blöd? Muss ich in den Bruch klettern? Oder muss ich hier einfach... Ah. Wer suchet, der findet. Was war das? Und vor allem, wo war das? Ist jetzt was drin? Ne, ist immer noch nichts drin. Aber da hinten könnte jetzt was aufgegangen sein. Da hinten ist etwas aufgegangen. Platz haben wir schon noch für die ganzen Rubbies und so. Ah, die packen wir jetzt hier mal alle rein. Die Map auch. Schwert ebenfalls. Da wird schon wieder was kommen. Arrow. Äh, dich auch. Den Cake ebenfalls. Oh, noch ein Diamond Sword. Das nehmen wir natürlich mit. Und hier noch das Goldschwert. Packen wir noch schnell in die Endertruhe. Ah, Diamond Chestplate. Ah, ich nehme mir erst mal die mit Protection. Noch ein Diamond Sword. Splash Potion of Poisonous. Protection 4. Und können wir jetzt gleich noch mal... ...eine... ...Dinge entchanten. Eine Diamond Chestplate. Mit Protection 4. Splash Potion of Poison. Warum habe ich sowas? So, dich brauchen wir aber auch nicht mehr. Du bist überflüssig. Du kannst es weg. So, äh, Power X, Power X. Ich glaube einmal Power X. Ja, wollen wir mal. Legen wir es mit. So, hier haben wir noch Amboss. Äh. Hm. Wo war jetzt? Ah, Protection. Kostet 6 Dinger. Und die haben wir jetzt. Ah, ich lasse erst mal die alte noch... Ach, komm, weißt du was. Scheiß drauf. So, jetzt noch was futtern. Bin gespannt, für was ich das da Ding brauchen soll. Naja. So, Spawn Point Set. Oh, nee. Habe ich Blindness. Jawohl, das ist gar nicht so schlicht. Wird da die Blindness immer wieder regeneriert, oder was, wenn ich da drauf klicke? Äh. Okay, nein. Soll vielleicht, aber... Na gut, Blindness für... ...15 Sekunden. Hm. Ist jetzt vielleicht nicht so der Brüller. Warum höre ich jetzt Regen von draußen? Na gut, okay. Ich meine, in der Pyramide, ich weiß nicht, wie tief wir sind, auf Ebene 73 sind wir, aber das sagt ja überhaupt nichts. Was ist da hinten? Da hinten ist der Eingang. Okay, hier geht's nicht weiter nach vorne. Wow. Slow motion. Und was ist das andere? Hangar 3, ach Gott. So. Das war das jetzt. Habe ich hier irgendwas bewegt? Zu meinen Gunsten. Zu meinen Ungunsten. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Freunde. Weil ich keine Ahnung habe, was und wo ich machen muss. Hier hinten ist auch nichts mehr. Nein. Aber sagt man jetzt nicht, dass ich da in einer bestimmten Reihenfolge die Dinge ablaufen muss, ne? Das kriege ich einen Kollaps. Ne, da gehe ich nicht nochmal rein. Da auch nicht mehr. Sonst kommt wieder Slow Motion. Und das wollen wir ja alle nicht. Hä? Ich bin jetzt fünfmal durch dieses Labyrinth durchgerannt. Ist das hier neu? Ist der Gang neu? Oh, was? Boah, ich dachte ich fall jetzt da. Okay, der Gang scheint neu zu sein. Oh, okay. Das sind Türen. Noch ein Diamond Sword. Irgendwas passiert jetzt ganz Schlimmes, habe ich das Gefühl. Sniper Riffle. Oh. Tauschen wir mal gegen den Bogen. Was? Diamond Sword Fire Protection Fünf. Also. Diamond Sword Fire Protection, das ist strange. Naja. Da hinten haben wir die Endertruhe. Schmeißen wir da jetzt einiges mal raus. Was wir nicht mehr brauchen werden. Die zwei Diamantschwerter packen wir rein. Glowstone Dust. Die zwei machen wir mal zu einer Iron Boots. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Verschwendung. Aber wir haben ja Diamond Iron Boots. Die zwei können wir auch mal wieder austauschen. Diese Boost Potions. Ich bin gespannt, ob wir die noch brauchen werden. Mal die ganze Protection und so weiter. Da hinten hin. Da ist das ein bisschen so Team-and-Fire-Charge. Wenn wir die hier schon kriegen, dann werden wir das wahrscheinlich auch noch brauchen irgendwann jetzt dann. Okay. Dann mal runter. Hm. Okay, die muss ich jetzt da alle reinwerfen. Eins, zwei, drei, vier. Scheiße. Was kommt da jetzt rein? Da kommt der... Da kommt der blaue Diamant drin. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Agroar Diamond. Da ist er. Bayer Emerald. Da kommt der Spice Star. Ne? Wird er nicht. Scheiße, den... Lonnie... Obwohl. Lonnie Crystal... Hab ich den nicht gefunden? Muss jetzt gleich nochmal schauen. Okay, der macht keine Geräusche. Fire charge. Ne, rechts steht auch nicht, dass ich den nicht gefunden hab. Ne, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Oder was? Nicht euer Ernst. Ah, Leute. Okay. Durchrushen wird da nichts helfen, aber da hinten waren wir. Ne, da hinten waren wir nicht. Und das war das Problem. Scheiße. Natürlich, beim ersten Durchlauf hatte ich ihn nämlich, weil ich da hinten hingekommen bin. Fuck. Okay, dann haben wir jetzt das Problem. Jetzt heißt es bloß noch wieder durch diese... Fuck-Pyramide durchlaufen. Aber... Find ich irgendwie auch gut, dass... Die das so gemacht haben, dass man jetzt dann durch die ganze Pyramide wieder... Alter, nee. Der Scheiß schon... Durchlaufen muss. Äh... Und nicht einfach sagen, ja gut, hast du nicht gefunden, äh... Pfff... Schenken wir dir. Brauchst du auch nicht finden. Brauchst du ja nicht anstrengen. Ne? Das ist schon gut, dass sie das gemacht haben. Ja. Sind da noch welche drin? Ich meine, rüberkomme ich da eh nicht lebend. Also, le... Was heißt die lebend? Nicht. Halt, ich verschwende gerade das gute Schwert. Hoch. Da baue ich das Ding ab, komme ich nicht mehr hoch. Das wäre auch irgendwie scheiße. So. Aber wir haben ihn ja. Das müssen wir bloß noch durchrushen. Ja. So. Äh... Richtung... Ach, waren wir hier hinten eigentlich? Ja, hier hinten waren wir, stimmt. Genau, das war ja... Das. Ne, wir müssen in die andere Richtung. Nein, wir müssen in die andere Richtung. Fuck. Ich bin nur der Treppe vorbeigelaufen, glaube ich. Jetzt links, ja genau. Na, jetzt kommt der Scheiß schon wieder. Boah, wenn der mich runterschießt, ne? Dann ist... Aber Schicht im Schacht. Okay, brauche ich nichts von... Ich bin... Ja, ich bin... Ich bin... Ja, ich bin...